Musik Der TAPS Flex Alp kann in jedem Terrain eingesetzt werden. Seine Stärken kommen vor allem aber im hochalpinen Gelände zur Geltung. Die besonderen Merkmale des Flex Alp ist eine sehr hochwertige Bindung, die extrem komfortabel ist, aber auch sehr leicht zum Ein- und Aussteigen. Der Flex Alp bietet eine Steighilfe. Das Deck besteht aus zwei Teilen. Dadurch ermöglicht es sich an jede Geländeform anzupassen. Eine extreme Traktion über die gesamte Länge des Schneeschuhs, auch im Zehenbereich. Und das wichtigste Feature ist ein bewegliches Ende des Schneeschuhs, um möglichst gelenkschonendes Gehen zu ermöglichen. Der Unterschied beim Darm- und beim Herrenmodell von Flex Alp ist, dass der Darmschneeschuh kürzer ist, von der gesamten Länge her. Das Ende des Schneeschuhs im Darmbereich ist schmäler, um den natürlicheren Gang der Dame zu unterstützen, weil die Füße näher zusammen sind beim Gang. Und die Bindungspositionierung ist leicht nach vorne versetzt, um auch hier wieder den natürlichen Gang zu unterstützen. Der Flex Alp ist der perfekte Schneeschuh für hochalpines Gelände, egal ob für Snowboarder oder für Gipfelstürmer. Aber auch durch die extreme Traktion und durch vor allen Dingen das weiche Deck, bietet der perfekte Halt und Komfort im flachen oder im hüttlichen Gelände. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.